Wenn du so viel nicht weißt, dass du so viel nie gesehen hast und zu so vielem viel zu wenig passt. Du bist nie auf ferne Kontinente gelangst. Hast nie ein Festmahl bis zum Ende verspeist, was wie der Mensch der zwischen Wildfremden das Eis brach. Eher der, der bei Streifkleid beigab und jedes Hindernis im Leichtrat zu umgehen versucht.